Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir reagieren hier auf Tanzverbots-Video, mein vielleicht letztes Video von Manderia. Ich weiß, es wurde gestern geklärt im Stream von Montana Black, auch sehr, sehr cool, wie das alles moderiert hat, mit Stay zusammen. Also die Diskussionsrunde war sehr, sehr gechillt, jeder konnte aussprechen, fand ich sehr, 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 sehr geil von den beiden. Und ich weiß auch, dass Unge sich nochmal ausgesprochen hat, mit Tanzverbot im Auto, fand ich auch sehr geil. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf das Video reagieren, weil ich glaube, denke, dass er da ein paar Sachen nochmal erklären wird, die vielleicht viele nicht so ganz verstanden haben, warum, weshalb, wieso er in der Situation sauer geworden ist. Und wir gucken uns einfach jetzt mal das Video an, vielleicht ist es ja ein ganz anderes Video. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Yo Leute, diesmal kein Double Piece. Vielleicht ist das jetzt hier auch das letzte Video, was aus Mandera entsteht. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Ich fühle mich auf jeden Fall gut, mit dem Gedanken, dieses Video öffentlich zu machen, beziehungsweise dieses Thema öffentlich zu machen, weil es mich seit gestern extrem beschäftigt. Ich glaube, ich glaube sogar kurz davor war zu weinen, aufgrund von bestimmten Ungerechtigkeiten, also auf die Wut, die sich in mir angestaut hat, weil das einfach mich an meine damalige Zeit erinnert, wo jeder auf mich geschissen hat in der Schulzeit. Da habe ich auch so viel Ungerechtigkeit erfahren und das hat mich so aggressiv gemacht. Und genau in diesem Mobbing-Modus bin ich einfach zurückgefallen. Und zwar folgende Situation, ich muss kurz ausholen. Ich hatte am Samstag Geburtstag. Samstag gegen zwei Uhr nachts bin ich dann ein bisschen hier an der Allee am Hafen langgelaufen. Das mache ich immer gerne, damit ich halt schön viele Schritte am Tag schaffe. Das motiviert mich halt immer, wenn ich sehe, so wow, ich habe halt viele Schritte geschafft. Fünfstellig ist natürlich immer das, was ich auf jeden Fall schaffen möchte. Ich möchte, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich nochmal alle Leute darauf hinweisen, dass das Ganze nicht aufgrund irgendwelcher Ernährungsumstellung oder sowas entstanden ist. Ich trinke Wasser und ernähre mich weiterhin gesund. Das habe ich durch und ich habe auch gar keine schlechte Laune mehr, mich gesund zu ernähren. Das mache ich einfach, weil es sich einfach schon integriert hat. Also das ist kein... Finde ich aber schon richtig, richtig cool von Tanzverbot, weil wenn ich mal überlege, wie meine Ernährung ist, das kann ich ja mal ganz kurz hier mit ins Boot reinwerfen, auch wenn das überhaupt niemanden interessiert, würde ich das trotzdem nochmal sagen. Ich bin, ich bin übelst der faule Mensch. Nach Arbeit, wenn ich nach Hause komme, ja, nehme ich meistens noch ein Video auf für YouTube, weil das einfach mein Hobby ist, weil das mir extrem viel Spaß macht. Und dann hat man halt abends dann kaum noch Zeit. Ja, was heißt kaum noch Zeit? Ich hätte Zeit zum Kochen, aber ich bin da zu faul. Und ich bin jetzt momentan so, dass ich mir eigentlich seit einem Jahr, und das ist kein Witz, seit einem Jahr nur Pizza kaufe, nur Pizza kaufe, den Gefrierschrank reinschmeiße und abends dann immer Pizza mache. Ich hole mir dann meistens noch Käse, weil ich so ein Käsefanatiker bin, schmeiße dann noch eine Packung Käse drauf. Und ja, ich merke das halt schon, dass das, auch mein Zuckergehalt, man sieht das ja auch immer wieder, ich trinke auch extrem viel Energy. Ich merke das auch, dass allein schon nur durch den Zuckergehalt, ohne Zucker geht es mir richtig beschissen, weil mein Pegel dann meistens so unten ist. Und wenn ich Zucker trinke, geht es mir wieder übelst gut. Dabei habe ich wieder Energie und sowas. Und das Problem ist bei mir momentan, ich brauche übelst viel Energie. Ich brauche übelst viel Zucker, um überhaupt an Energie ranzukommen. Und ich finde das schön, dass Tanzverbot den Schritt gegangen ist, seine Ernährung umzustellen, dass die Zuckerlinie, sage ich mal so, der Zuckerhaushalt sich wieder stabilisiert hat und auf einer Linie ist. Finde ich übelst respektabel, weil ich nicht weiß, ob ich das selber schaffen würde. Keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich da aus dem Kreis wieder zu befreien, abends vielleicht dann doch wieder, weil ich kann kochen. Ich weiß, das sagt fast jeder, der, keine Ahnung, nur Fertigzeug abends macht. Aber ich kann wirklich kochen. Das ist kein Witz. Ich kann kochen, aber ich bin zu faul. Und erst mal den Schritt wieder zu gehen, zu sagen, ja komm, lass mal abends, anstatt eine scheiß Pizza, mal abends mal Gurkensalat zu essen und sowas. Den dann erstmal wieder zubereiten und dass es mir wieder gut geht. Den Schritt zu gehen ist, glaube ich, der schwierigste Schritt überhaupt. Vor allen Dingen, wenn man sich an die Ernährung schon gewöhnt hat. Und übelst Respekt, also von meiner Seite aus, an Tanzverbot richtig großen Respekt, dass Ella es jetzt so durchzieht, weil das muss, das hat eigentlich schon einen übelst krassen Willen. Man muss da schon einen übelst krassen Willen zu haben. Ich habe den zwar auch, aber wie schon gesagt, ich stecke das immer weg und sage mir dann abends, nach Arbeit, dann nach einem Video schneiden, drehen und rendern, rendern, hochladen. Ist es bei mir dann immer so, sag ich mal, guckst du auf die Uhr? Ja, schon 20 Uhr. Könnte man ja eigentlich, man könnte jetzt vielleicht schon kochen, aber man könnte auch jetzt einfach eine Pizza reinschmeißen und vielleicht eine halbe Stunde noch zocken oder eine halbe Stunde Fernsehen gucken. Und ich bin dann schon der faule Mensch und sage mal, komm, ich pfeffere mir ab, weil Zucker rein und gut ist. Also Respekt an Tanzverbot an dieser, ja, ab diesem Zeitpunkt. Also ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen könnte. Ich würde so schnell wieder in mein normales Ich verfallen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen seine Angst, wenn er wieder in Deutschland ist, dass er wieder in so ein, sein normales Leben so ein bisschen rein twiftet, weil wie schon gesagt, ich kenne das. Wenn man von heute auf morgen seine ganze Ernährung umstellt, das ist schon hart, weil ich ja früher auch selber in Fitnessstudio war und das ist schon, aber danach geht es einem wirklich gut. Das ist das Krasse. Danach geht es einem wirklich gut, aber erstmal dahin zu kommen, ist schwierig. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher persönlicherweise darauf erst mal zu kommen. Jedenfalls bin ich da unten lang gelaufen und wollte dann mal unten durch die Partymeile laufen. Also es gibt oben so einen Weg und es gibt unten so eine kleine Gasse, wo irgendwie so gefühlt zwei oder drei Clubs aneinander sind und da kommt dann immer ein bisschen Musik und da wollte ich einfach mal runterlaufen, weil ich da noch nie lang gegangen bin. Dann bin ich da runtergekommen, habe gesehen, Alter, hier sind übertrieben viele Leute, bin durchgelaufen, auf einmal kommt von der Seite Jona und umarmt mich, hat mir alles Gute zum Geburtstag gewünscht, weil ich Geburtstag hatte und dann habe ich gesehen, dass da auch die ganzen anderen... Herzlichen Glückwunsch nachträglich, auch wenn du das Video nicht sehen wirst, aber finde ich schön. Ich möchte jetzt nicht alle aufziehen, weil das sein kann, dass ich dann den einen oder anderen vergesse. Jedenfalls hat mir dann auch der Abdel gratuliert. Ich muss ganz kurz dazu ausholen. Der ein oder andere hat das damals vielleicht schon mal aus dem Stream mitbekommen. Ich kann Abdel überhaupt nicht leiden. Das ist nicht mal auf respektlose Art und Weise. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Ich kann mit seinem Content überhaupt nichts anfangen und seiner Art und Weise, wie er auch mir gegenüber denn letztendlich war, hat er... Aber bis hierher muss man ja erstmal sagen, wie ich schon gesagt habe, ich weiß, dass es schon geklärt ist, aber bis hierher muss man ja erstmal sagen, ich bin ja auch so ein Mensch, wenn ich jemanden leiden kann, ist es dann schwierig, wenn man ihn vielleicht auch auf der Geburtstagsfeier sieht, es ist vielleicht so schwierig, so auf übelst cool zu tun. Also von wegen, ja, wir sind jetzt cool, mach dein Ding, ich mach mein Ding. Ich glaube, das ist... Das kennt jeder. Also ich habe auch so ein paar Leute, die ich einfach nicht leiden kann. Und mit denen will ich eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben, wenn es natürlich mal dazu kommt, dass derjenige doch dann mal dabei ist, dann versucht man halt, sich zu bremsen. Man sagt ja auch nie die ganze Zeit, hier verpiss ich oder sowas, sondern man ist ja trotzdem noch scheinfreundlich, sage ich jetzt mal. Und das muss aber auch in der Situation jeder akzeptieren. Also ist einfach so, man kann nicht jeden leiden. Es gibt einfach Leute, die... Es gibt natürlich auch viele, die behaupten, ja, ich versuche, mich mit jedem cool zu stellen, ob das dann echt ist oder nee, also Unreal Engine 4 ist, ist halt wieder eine andere Sache. Aber es gibt dann halt wirklich so Leute, die versuchen sich mit jedem cool zu stellen. Aber warum soll man... Also, wenn ich jetzt jemanden habe, den ich nicht leiden kann, dann kann ich den einfach nie leiden. Und ich versuche dann auch nie mit denen, mich auf, ja, eine Freundschaftsbasis, irgendwie mit denen zusammen irgendwas aufzubauen. Also, man geht sich dann aus dem Weg, man akzeptiert das. Vielleicht kann derjenige mich dann auch nie leiden. Das ist vollkommen in Ordnung. Das geht einfach nicht, dass man jeden auf der Mensch leiden kann. Auch allein schon von der Persönlichkeit. Es gibt so unterschiedliche Persönlichkeiten, mit denen komme ich einfach null zurecht. Die akzeptiere ich zwar. Also ist jetzt nicht so, wie auch Tanzverbot sagt, so von wegen Hass oder sowas. Aber den kann ich halt in dem Moment dann auch einfach nie leiden. Dann sage ich mir, gut, von mir aus ist er jetzt auf der Geburtstagsfeier, von mir aus, muss ich halt jeden Tag, man kennt es ja von der Arbeit, da gibt es vielleicht jemanden, der komplett, ich will jetzt auch nicht so viel sagen, aber gibt es halt ein paar, wo man sich so dann denkt von Weitem, hey Alter, kannst du nicht einfach jetzt mal für fünf Sekunden deine Scheißfresse halten? Aber trotzdem unterhält man sich so ein bisschen mit ihnen, aber versucht halt schon ein bisschen Akzeptanz zu ihnen zu halten. Und vollkommen verständlich, also da verstehe ich Tanzverbot 100%. Die ganze Situation dann nochmal, ein bisschen bestätigt, dass ich mit meiner Annahme gar nicht so falsch lag, dass wir auf jeden Fall nicht zueinander passen. Jedenfalls hat er mir alles Gute gewünscht. Ich dachte mir so, okay, hat so ein bisschen entscheidend, naja, nee, er ist schon normal, ich wünsche dir alles Gute, sagen Sie so aus Höflichkeit halt. Und dann habe ich so rüber geguckt, weil mich irgendwer angesprochen hat und dann hat er sich dadurch angegriffen gefühlt, weil wir hatten noch, wir hatten den Handschlag noch miteinander gehabt so und er hat wahrscheinlich also in dem Moment gar nichts gesagt, aber hat dann zu mir gesagt, ey, wieso guckst du mir nicht in die Augen, wenn ich mit dir rede? Ich denke mir so, Alter, was ist denn jetzt los? Ich habe gar keinen Bock, so angekackt zu werden, so wie, so guck mal, ich bin die übelste Respektperson und du hast gefälligst, mir in die Augen zu gucken. Man kann nicht mit mir spielen, das mag ich nicht und dann habe ich ihn halt auch ehrlich gesagt, ey, du nimmst mir nicht übel, es war vielleicht nicht genau in dem Wortlaut, aber es war auf jeden Fall auf respektvolle Art und Weise, nein, Google, du brauchst jetzt nicht angehen und habe dann zu ihm gesagt, ey, nimmst mir nicht übel, aber ich kann dich nicht leiden und ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock, jetzt hier weiter mit dir zu reden und ich bin auch eigentlich der Meinung, dass er auch derselben Meinung war, weil ich ihn genau angesehen habe. Das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, das war in diesem YouTuber-Haus, wo gerade alle sind und da habe ich ihn das auch schon angesehen, dass er weiß, dass was zwischen uns nicht stimmt und ich dachte, damit hat sich die Sache dann auch erledigt. Jedenfalls ist er daraufhin ziemlich aggressiv geworden, die waren auch alle ein bisschen angetrunken in der Hinsicht. Aber das verstehe ich von, ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt nicht falsch aus, von Abdel. Ich muss dazu sagen, von ihm habe ich jetzt nicht so viel gehört, ich kenne zwar seinen YouTube-Channel, ich weiß auch, was er macht, aber aber wenn man vielleicht von Anfang an vielleicht wusste er das wirklich nicht, wie Tanzverbot auf ihn reagieren wird und das Gratulieren, ja, wie würde ich das machen, wenn ich auf einer Geburtstagsfeier bin, wo ich weiß, dass vielleicht der Geburtstag hat, vielleicht nicht so wirklich Bock auf mich hat, aber ich trotzdem da akzeptiert werde oder besser gesagt trotzdem da sein darf, da würde ich vielleicht sagen, ja gut, muss jetzt vielleicht in der Situation nicht unbedingt sein, dass ich ja zu ihnen hingehe und sage, alles Gute, man hält sich dann ja in dem Moment, weil man ja dann nur Gast ist, hält man sich ja doch dann ein bisschen im Hintergrund, lässt einfach, ja, versucht einfach vernünftig zu sein, also bei mir wäre es zum Beispiel so, wenn ich jetzt auf einer Geburtstagsfeier wäre und ich weiß, so der Gastgeber oder der Geburtstag hat, der kann mich nicht leiden oder man weiß so, ja, Spannungen sind da irgendwie da, ich bin jetzt auch nicht so positiv zu ihnen zu sprechen, da geht man, also, ich verstehe, ich verstehe das Tanzverbot, ich verstehe aber da ein bisschen auch die andere Partei, klar will man aus Höflichkeit gratulieren, vollkommen verständlich, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ich würde, ja, man weiß nicht, in der Situation würde ich vielleicht dann auch zu denjenigen sagen, hier, alles Gute oder von beiden alles Gute oder man würde sich dann schon ein bisschen distanzieren, weil man kann ja in dem Moment froh sein, dass man überhaupt da ist, ne, ähm, aber dann die Reaktion von ihm, dass er dann, äh, weil Tanzverbot kurz angesprochen wird, hier, von wegen, ähm, was auch immer, ne, wir waren nicht dabei, es kann ja sein, dass er, jemand gesagt hat, komm mal kurz zu uns oder ich würde dir auch nochmal gratulieren und dass er das direkt auf seine Person zieht, finde ich eigentlich schon, ähm, übelst schlimm und, ähm, ich verstehe da auch Wiedertanzverbot, weil, ähm, ich kann solche Menschen auch nicht leiden, ähm, die, egal was, äh, vorfällt, egal was passiert, alles auf ihre Person schieben und davon gibt es leider momentan, man kann nur sagen, zu viele, ähm, wenn man was Bestimmtes sagt und die Person in der Nähe ist, also, damit meinst du ja jetzt mich, ne, also, bestes Beispiel, ähm, wir waren mal, ähm, kann ich ja mal ganz kurz erzählen, wir waren mal unterwegs und, ähm, da war eine Person dabei, ähm, mit der ich, ja, nie so dicke bin, war, nie sein werde und wir hatten gerade ein Thema in der Gruppe, ähm, da ging es einfach darum, dass ich halt nicht, also, dass wir alle nicht so der große Freund sind, äh, von, äh, Tätowierungen im Gesicht, ne, also, es ist meine Meinung, ähm, ich finde das halt, äh, Tätowierungen finde ich total geil, aber Tätowierungen im Gesicht finde ich, ähm, nicht so, und, der Typ hat eine Tätowierungen im Gesicht, ähm, also, was heißt, der, der, der hatte hier Ende von Hals aus bis hierhin so, äh, grüße gerne raus an ihn, ne, falls du das Video mal gucken solltest, und, ähm, ja, da fing ich halt an, da habe ich so gesagt, ja, ich akzeptiere solche Menschen vollkommen in Ordnung, das sind ja ganz normale Menschen, und wenn, wenn, wenn sie im Gesicht eine Zertifierung haben wollen, könntest du das ja gerne machen, aber ich habe dann so gesagt, ja, ich würde es nie machen, und, ich würde es auch meinen Kindern, äh, nie unbedingt, also, ich will jetzt nicht mehr den 100% Wortlaut, aber ich würde es meinen Kindern auch nie unbedingt, ähm, empfehlen wollen, wenn es meine Kinder natürlich machen wollen, könntest du es gerne natürlich machen, also, man kann es den Kindern dann auch nicht verbieten, aber, man möchte seinen Kindern ja doch irgendwie, was auf den Weg geben, weil, ähm, ich immer sage, weil, heutzutage ist es ja irgendwie so, ja, jeder wird YouTuber, ne, ist natürlich nicht so, und, äh, man muss sich danach, äh, ja, auch mit den Tätowierungen im Gesicht irgendwie bewerben, und er hat das dann alles auf sich bezogen, er hat dann wirklich alles, und ist dann sehr, nie aggressiv geworden, aber laut geworden, er hat dann gesagt, du meinst doch ganze Zeit jetzt mich, sag das doch, und ich habe ganze Zeit so gesagt, bleib doch mal ein bisschen ruhig, wir haben gerade eine Diskussion, wärst du jetzt dabei gewesen oder nicht, wir hätten die Diskussion so oder so angefangen, wir haben das jetzt nicht auf dich bezogen, Alter, du meinst jetzt mich, Mann, lass mich doch in Ruhe, ich kann doch machen, was ich will, und ich so die ganze Zeit, ey, wir haben doch nicht gesagt, dass wir die, die Tätowierungen im Gesicht scheiße finden, wir haben nur gesagt, wir persönlich, würden es nicht machen, jeder kann es für sich selber entscheiden, aber wir persönlich, würden es nicht machen, und ich habe den wirklich damit nie angriffen, aber der ist so richtig sauer, richtig sauer geworden, wie schon gesagt, Tätowierungen im Gesicht, ja gut, der hatte halt hier einen Halt, und das ging ein bisschen ins Gesicht, also man kann eher sagen, eher eine Halt-Tätowierung, ne, und der war übelst aggressiv, und fing dann an, mit mir zu diskutieren, und ich habe die ganze Zeit gesagt, Junge, ich meine dich nicht, es ging uns nur um das Thema, weil wir gerade das Thema Tätowierungen angesprochen haben, weil irgendwie jeder eine Tätowierung haben wollte, und der war übelst aggressiv, und der hat sofort alles auf, wirklich alles auf sich bezogen, und bei solchen Menschen kriege ich dann selber natürlich, ja, wird man dann selber aggressiv, und dann verstehe ich auch, und dann sagt man, halt dann hier, pass auf, Junge, beruhigte, ich kann mich nicht leiden, bleib einfach auf Akzeptanz, und gut ist, wir können uns hier weiter chillen, wir können weiter unser Bier trinken, wir können weiter grillen, aber bleib doch einfach ein bisschen zurück, und gut ist. Und das ist erst vor kurzem vorgefallen, also das ist gar nicht so lange her, das ist, ja, wie schon gesagt, wir können uns trotzdem so einigermaßen leiden, aber, besten Freunde werden wir halt nicht mehr, und wie schon gesagt, also mir ging es darum, nicht, dass ich Tattooierung im Gesicht nicht feiere, gar nicht, also, jeder kann machen, was er möchte, aber ich persönlich würde mir kein Tattoo ins Gesicht stechen lassen, jeder kann es machen, und es bedeutet jetzt nicht für mich, dass ich mit Danny befreundet sein, im Gegenteil, also, das sind trotzdem normale Menschen, aber darum ging es halt, und der hat dann halt alles auch auf sich selber bezogen, und ich habe da halt in dem Moment genauso reagiert wie Tanzverbot, ist einfach so, ist real, weil ich da auch Tanzverbot ein bisschen verstehen kann, dass man dann doch ein bisschen in der Situation hochfährt. Ist daraufhin sehr aggressiv geworden, und mir gegenüber auch sehr respektlos, hat mich dann lautstark gefragt, was mir einfällt, mich so zu verhalten, ich so, ey, was hast du denn jetzt für ein Problem, ich habe dir gesagt, dass ich dich nicht leiden kann, Werbung für Tanzverbot, habe ich ja gesagt, ne, alle die ich mag, ausgerastelt, hat mich Fettsack genannt, hat gesagt, dass ich mich verpissen soll, wir haben ewig lange hin und her, hin und her, nicht debattiert, aber uns gegenseitig angeschrieben, weil ich einfach überhaupt nicht darauf klarkomme, wenn mich irgendwer blöd anmacht, und denkt, er könnte einfach mit mir spielen, ich bin niemand, mit dem man spielen kann. Du warst bei mir auch? Das hat man damals in der Schulzeit, lang genug getan, heute lasse ich das nicht mehr zu. Jedenfalls ging es ewig hin und her, ging es ewig hin und her, und dann wollte er sich auf einmal mit mir, also Real Talk, ich lüge euch nicht an, ich schwöre auf meine Mutter, dass ich nicht lüge, und das ist das Heiligste auf der Welt für mich. Ich schwöre auf meine Mutter, der Typ wollte sich dreimal mit mir boxen, der ist dreimal mit mir rausgegangen, stand mir auch von der, der stand da so vor mir, unsere Nasenspitzen haben sich fast berührt, und der wollte richtig Stress machen, er wollte mich einschüchtern und mich wahrscheinlich testen. Der ist mehrere Male aus der Gruppe rausgegangen, und hat gesagt, ey komm, komm, wir boxen uns jetzt, komm nach oben, weil da waren halt ganz viele Leute, und der wollte mit mir nach oben gehen. Ich seh, Digga, was wird denn das hier? Ich bin natürlich, ich hab mich... Und das verstehe ich halt auch nicht, wie, wieso, ne, auch diese ich-bezogenen Menschen, wieso sind die dann so aggressiv? Oder besser gesagt, wieso gibt's dann Leute, die dann, ähm, anfangen zu sagen, ja komm, lass uns streiten? Vor allen Dingen, ihr müsst euch ja, ähm, überlegen, die sind alle auf der Insel, äh, viele sind zu Besuch da, zweitens, ähm, ne, da sind viele YouTuber da, also dann, das heißt, ähm, das wird so oder so nach außen getragen, ähm, und dritten, warum muss man dann direkt in dem Moment Gewalt, äh, androhen? Warum? Er hätte doch in dem Punkt sagen können, okay, Kilian, oder Tanzverbot, ähm, wir sind nicht cool, ich hab jetzt, äh, alles Gute, äh, ihm gewünscht, ich werde jetzt einfach wieder mich zurückziehen, werde, äh, zu meinen Leuten gehen, mit den Leuten reden, und gut ist, warum muss man dann so an, so ein, ich sag jetzt mal, schönen Abend, ne, wenn alle da sind und, äh, man ein bisschen von Kilian auch den Geburtstag feiert, warum muss man dann in dem Moment, ähm, so einen Stress anfangen, warum, warum hätte man das nicht von mir aus einen Tag später klären können, oder von mir aus, äh, gar nicht klären müssen, weil, äh, es gab's in dem Moment ja nix zu klären, nur, dass Kilian halt in dem Moment, wo, ähm, er alles Gute gewünscht hat, dass Kilian mal kurz weggeguckt hat, man, was gibt's denn da zu klären, klar, wenn man sich da als Person angegriffen fühlt, hätte man sagen können, ja, du kannst mir kurz, wenigstens eine Sekunde in die Augen schauen, oder, oder man akzeptiert es einfach, man sagt, alles Gute, derjenige ist vielleicht nicht so damit einverstanden, man selber sollte das in dem Moment merken, man geht dann einfach Punkt aus Ende, damit hätte sich die ganze Sache schon geklärt, und warum muss man dann irgendwann noch mit Gewalt kommen, das, das verstehe ich nicht mehr, wenn man auch weiß in dem Moment, dass das nach außen getragen wird, dass da genug YouTuber sind, die vielleicht da drüber noch eine Geschichte machen. Ich hab mich noch nie geboxt, ich hab auch keinen Bock, ich lass mich nicht einschüchtern, aber ich boxe mich doch jetzt nicht mit irgendeinem anderen YouTuber, wie seh ich denn aus, vor allem nachdem ich gesagt habe, dass ich keinen Bock hab, dann nennt er mich mehrere Male Fetzag, Fetzag, verpiss dich, verpiss dich, ist richtig, ist richtig aggressiv hab ich dann noch etwas gesagt, aufgrund dieses, weil er sich boxen will mit mir und Fetzag, verpiss dich, hab ich gesagt, hör doch mal auf mit deinem, mit deinem, mit dem Kanackengetur, so das hab ich gesagt, das war vielleicht nicht in Ordnung, so Kanacke sollte man als Deutscher eh nicht in den Mund nehmen, aber ich hab zu ihm gesagt, hör auf mit diesen Kanackengetur, weil er, das verstehe ich halt auch nicht, das, das, hör auf mit deinem Kanackengetur, dass das direkt, äh, auf die Rassistenschiene geschoben wird, ähm, wenn, wenn jetzt ein, ähm, sag ich mal, ähm, türkischer, äh, Abstammung, jemand zu mir kommen würde und, äh, sagen würde, du Alman oder, ähm, irgendwas anderes, ähm, hä, dann lacht man drüber, dann sagt man halt, dann bin ich halt ein Alman und, ähm, in meiner Umgebung wird, äh, das auch sehr oft, ähm, ja, benutzt das Wort Kanackengetur und das ist auf keinerlei Schiene rassistisch, auf keinerlei Schiene rassistisch und ich würde Tanzverbot niemals als, also ich glaube, das würden auch sehr viele nicht, ihn als, äh, Rassist abstämmeln, weil, ähm, stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch, ihr seid grad mit eurer Gruppe unterwegs, ne, und dann kommt er so und sagt die ganze Zeit, lass buxen, lass buxen, so, äh, alter, ey, das ist mein Ghetto hier, das ist meine Street hier, na, ist jeden vielleicht schon mal rausgerutscht, ey, kannst du mal mit deinem Scheiß-Kanackengetur aufhören, das geht mir grad übelst auf den Sack, was ist daran so rassistisch, ja, vielleicht ist es auf der einen Seite eine kleine Beleidigung, ne, weil man da ja ein bisschen so seine Art beleidigt, ne, so ein bisschen, ähm, den vielleicht auf die, ja, wie ist es, die Ghetto-Schiene oder sowas, äh, in diesem Moment zumindest, in diesem Moment zumindest abstempelt, aber was hat das, das hat ja nichts mit Rassismus zu tun, man sagt halt in diesem Moment, und vielleicht hat das Kilian, äh, vielleicht hat er sich da ein bisschen falsch ausgedrückt, aber, ich hab's auch schon mal gesagt, kannst du mal jetzt mit deinem Scheiß-Kanackengutur aufhören, kannst du mal ein bisschen auf dem Ball bleiben und, äh, dich ordentlich mit mir, äh, artikulieren und eine ordentliche Diskussion mit mir anfangen, weil das, das, das sagen selbst, ihr werdet es nicht glauben, das sagen selbst ausländische Mitbürger, selbst ausländische, und ich kenne wirklich viele ausländische Mitbürger, mit denen ich übelst geil zurechtkomme, ähm, sind so coole Jungs, ähm, und wenn man, ähm, ne, mit denen man kurz Streit hat und, äh, versucht auf seine Ebene zu kommen, also besser gesagt, weil ich hab ein paar, die so sagen, ey, ey, komm mal her und sowas, ne, und dann, äh, fang ich dann auch damit an und dann fangt ihr ja dann auch damit an, ey, kannst du mal wieder in der Kanackengutur aufhören, also, meinen die natürlich dann in dem Moment zum Spaß, ähm, und dann hat sich die Sache, das hat dann nichts mit Rassismus zu tun oder irgendwas anderes, ähm, das ist einfach, äh, heutzutage in der Jugend schon so ein Sprachrohr, kann man schon sagen, das hat halt einfach nur damit zu tun, ähm, wenn jemand sagt, hör auf mit deinem Kanackengutum, weil dann viele anfangen so mit einem Slang und sowas, ey, yo, Kunde, Alter, lass uns boxen, ey, komm, meine Street, ne, also jetzt mal richtig übertrieben gesagt, ähm, ja, war vielleicht in diesem Moment ein bisschen scheiße, ähm, formuliert, aber, im Endeffekt, ähm, hat er halt nur seine Art kritisiert, wie er da auf Kilian zugegangen ist, was ich voll und ganz verstehen kann, weil er mir so nahe kam, so übelst laut wurde und so, und so respektlos mir gegenüber war, obwohl das aus einer Situation entstanden ist, wo ich respektvoll war, ihm gegenüber, oder findet ihr das jetzt respektlos, wenn ich ihm, ihm gegenüberstehe, nachdem er mir geglückwünscht hat, geglückwünscht hat, hab ich ihm Danke gesagt, aber er hat nicht losgelassen, und dann so, du, nimm mir das nicht übel, ich hab keine Lust auf dich, was ist denn daran verkehrt, das ist einfach ehrlich, und dann war damit die Situation dann erledigt, da war nicht, nichts weiter war mir gewesen, ich bin gegangen, am nächsten Tag, also nicht, das war immer noch am selben Tag, abends, schreibt mich auf einmal Simon an, und, und sagt, Alter, ist es dein Ernst, hast du, hast du zu, hast du zu Abdel Scheißkanacke gesagt, oder irgendwelche hier, Dreckskanacke, und ich so, wie bitte, was hab ich gesagt, na die Leute haben gesagt, dass du, dass du zu ihnen Dreckskanacke gesagt hast, ich denk mir so, ist es dein Scheiß Ernst, ich bin darauf überhaupt nicht klar gekommen, das Problem ist, da waren vier oder fünf Leute, die sollen das alles scheinbar bestätigt haben, dass ich genau das gesagt habe, obwohl ich das nicht gesagt habe, ich bin mir, ich schwöre auf meine Mutter, ich würde niemals, ich, warum, erstmal alleine diese Situation, erstmal, warum sollte ich gerade solche Art von rassistischen, rassistischen Äußerungen kicken, und warum, verdammt nochmal, sollte ich das vor fünf, sechs, sieben YouTuber, die da waren, warum sollte ich sowas aussagen, wie dämlich ist denn das? Und wie ich schon gesagt, was ich vorhin gesagt habe, okay, also Tanzverbot, würde ich als Persönlichkeit auch niemals, niemals so einschätzen, dass er irgendwie so drauf ist, also niemals zu einschätzen, ähm, ich denke mal, also Tanzverbot ist ein weltoffener Mensch, sonst wäre, sonst hätte er das Experiment noch nie mal gestartet, sonst hätte er gesagt, nee, ich bleibe jetzt in meiner Hütte, er will auch was verändern, und, ähm, wie schon gesagt, Kilian würde ich auch niemals auf die Schiene mit einstemmeln, definitiv nicht, und ich sage das jetzt immer aus der Sicht eines Zuschauers, ich kenne ihn nicht persönlich, ich sage das aus der Sicht des Zuschauers, und da Tanzverbot, der wirklich viel von seinem Leben preisgegeben hat, schon viel erzählt hat von seinem Leben, man findet nicht ein Video, wo man sagen könnte, okay, jo, das Video bestätigt, dass er ein Rassist ist, und, ähm, natürlich, wenn dann 5, 6 Leute dann anfangen hier zu schreiben, hier, Unge, ne, man hat ja gerade gehört, Unge war nicht da, äh, hier von wegen, yo, äh, Tanzverbot hat jetzt, äh, was Rassistisches getroppt, ne, und Tanzverbot steht jetzt alleine gegen 7, 8 Leute, und Unge muss natürlich da drauf reagieren, ähm, man hört natürlich erstmal auf die 7, 8 Leute, man hört erstmal gar nicht auf die Sicht der einzelnen Personen, auch wenn die Sicht der einzelnen Personen richtig ist, man hört am Anfang immer auf die Masse, immer, und da, und da kommt es immer zu Widersprüchen, und sehr oft zu, falschen Informationen, und das ist immer, sehr schlecht, und wir haben uns, wir haben das früher in der, ähm, ja, in unserer Gruppe so gemacht, wenn wir Streit, wenn wir Beef hatten, ähm, da waren halt auch, da hatten wir auch mal hier und da mal Streit, das ist halt so, wenn man eine größere Gruppe hat, ähm, mit der man irgendwo hinfährt, ne, klar, ähm, gibt es da auch mal Auseinandersetzungen, wir haben es aber dann immer am meisten so gemacht, ähm, wir haben die zwei Parteien zusammengenommen, die sich gestritten haben, haben uns auf, äh, an den Tisch gesetzt, oder haben uns irgendwo hingestellt, und haben mit allen gesprochen, und haben aber erstmal versucht, dass die zwei Parteien ihre Ansichten, äh, erzählen können, und das wäre, glaube ich, in der Hinsicht am besten gewesen. Ich bin noch nicht komplett auf den Kopf gefallen, vielleicht in manchen Situationen, aber ich würde doch, ich würde doch niemals eine rassistische Äußerung kicken. Warum sollte ich das tun? Ich habe doch überhaupt kein Problem. Das geht mir doch um ihn als Menschen und nicht, weil er irgendwie eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Nationalität. Ja. Das ist mir doch scheißegal. Und auf einmal war Unge richtig sauer auf mich und das hat das Ganze ausgelöst, was in mir diese Emotion, äh, dieses, dieses emotionale Gefühl ausgelöst hat, dass ich jetzt ein Video dazu machen muss. Jetzt ist Unge extrem sauer auf mich, weil ich die Sache auch nicht klären wollte. Am Anfang dachte er sogar, dass ich diese rassistischen Äußerungen gekickt habe. Ich sage mir, ey, Unge, Simon, ich sage, Simon ist persönlicher. Ich bin echt, nein, mein Handy geht bei Simon an. Alter. Simon, ich bin extrem enttäuscht von dir, dass du wirklich denkst, dass ich sowas mache. Wir haben jetzt drei Wochen, wir haben jetzt drei Wochen miteinander geschillt, wir haben viel miteinander geredet, du müsstest doch eigentlich wissen, dass ich so eine Scheiße niemals machen würde. Und er, und dann haben wir erst nicht mehr geschrieben, dann hat er mir einen größeren Text geschrieben, ich bin echt enttäuscht von dir, ich hätte niemals erwartet, dass du sowas machst. Und ich lag im Bett. Und da, und, warte mal. Ich habe fast geweint. Ich dachte mir, in was für einer Welt lebe ich hier eigentlich? Und das ist, und das fand ich von Unge in der Hinsicht ein bisschen vorschnell. Er hat sich natürlich jetzt die Ansicht von den anderen YouTubern angehört, die das vielleicht alles ein bisschen falsch, in der Diskussion, das war ja, denke ich mal, schon eine ziemlich heiße Diskussion, dass man natürlich auf die sieben Leute hört, in der Situation, ich würde es vielleicht in dem Moment auch machen, aber man hätte sich, bevor man sagt, hier, ich bin enttäuscht von dir, oder bevor man da schreibt, hätte man die Sache erstmal ruhen sollen, vielleicht einen Abend, dass sich erst einmal wirklich alle abkühlen können, und wir wissen auch, dass da Alkohol geflossen ist, das wurde ja auch schon gesagt, man hätte vielleicht in der Situation, Unge hätte sagen können, hier, pass auf, vor allem alles mit dem Livestream war natürlich in der Situation dann ein bisschen doof, natürlich, ist ja klar, dass das Thema da im Livestream dann angesprochen wird, man hätte vielleicht sagen können, okay, gut, wir lassen die Parteien jetzt erstmal, wir lassen die Parteien erstmal bis morgen, wir geben jetzt erstmal jedem die Möglichkeit auszuruhen, auszunüchtern, ähm, und morgen in Ruhe nochmal darüber zu sprechen, dass Unge natürlich da in der Situation, ähm, so vorschnell gehandelt hat, war natürlich, ähm, ja, negativ bewandert, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, weil Kilian in dem Moment einfach keine Möglichkeit hatte, sich wirklich zu verteidigen, äh, weil wenn tausend Leute auf dich einsprechen, äh, dann noch dein, ich denke mal, Unge, hoffentlich zumindest, dass sie zwei gute Freunde geworden sind, dann noch dein bester Freund enttäuscht von dir ist, was machst du in der Situation, wenn alle denken, dass du wirklich in dem Moment ein Rassist bist, was machst du in der Situation, was machst du vor allem auch in der Situation, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, und wenn, die Leute das dann auch noch mitbekommen, und vielleicht sogar schon anfangen, die ersten Fans auf dich einzuhämmern, und du sitzt dann in der Wohnung alleine, und denkst dir dann, scheiße, was mach ich jetzt? Ich hätt's wirklich erstmal bis, äh, morgen, scheiß Staub, ich sollte immer wieder Staub wischen, äh, bis morgen hätte ich das erstmal irgendwie ruhen lassen. Was ist das gerade für eine verfickte Ungerechtigkeit, die hier gerade passiert? Ich hab nichts gemacht, es kam aus einer Situation, ich hab respektvoll gesagt, dass ich keinen Bock auf diese Person hab. Ist ja schön, dass, dass alle anderen YouTuber so auf Zwang miteinander cool sein müssen, das muss alles cool sein, aber ich mach das nicht. Wenn mir jemand nicht gefällt, dann bin ich ehrlich. Vielleicht war das, vielleicht war das minimal respektlos in der Situation, weil andere, alle anderen hatte ich kein Problem. Gut, A Wife, mit denen hatte ich auch damals Stress, aber, wisst ihr, was ich meine? Ich hab ja nichts Schlimmes gemacht, und daraus ist etwas entstanden, wo mir Leute jetzt vorwerfen, dass ich rassistische Äußerungen gekickt habe. So ein Schwachsinn. Warum soll ich das machen? Und das Schlimmste ist einfach, dass Simon das denkt. Simon war nicht dabei gewesen, das muss ich dazu noch erwähnen. Simon war nicht dabei, er hat nur gesagt, dass er enttäuscht ist, und der wollte das heute klären. Der wollte das mit mir und Abdel und den anderen klären, und ich hab erst gesagt, nein, ich hab darauf keinen Bock, ich hab keinen Bock auf Abdel, ist schön, dass du das... Ja, das finde ich zum Beispiel jetzt auch schwierig, ne, er wollte das ja mit, Simon hat er gesagt, er wollte das mit Abdel und mit Tansi klären, aber in der Situation, ich verstehe auch Tanzverbot, dass er sich natürlich in der Situation ein bisschen gedrängt fühlt, sag ich jetzt einfach mal, und er ist halt ein Charakter, so würde ich ihn einschätzen, weil ungefähr so bin ich auch, wenn man natürlich einen extremen Streit hat, dass man erstmal paar Minuten, oder vielleicht sogar paar Stunden, oder vielleicht sogar einen halben Tag für sich braucht. Und da hätte Unge reagieren sollen, und sagen sollen, hier, pass auf, wir klären das heute Abend nicht mehr, heute Abend ist es einfach schon, ist das fast übergelaufen, wir werden auch nichts auf Twitter posten, vielleicht das war auch noch eine falsche Aktion, wir sollten vielleicht bis morgen abwarten, und morgen nochmal zumindest die Parteien, die wichtigen Parteien, Unge, Tanzverbot, und Abdel, obwohl ich sogar sagen würde, das Tanzverbot vielleicht, erstmal mit der Streitpartei, es hätte alleine klären sollen, und dann Unge mit dazu ziehen sollen, dass natürlich Unge dann jetzt drauf besteht, diesen Abend noch zu klären, ich würde darauf auch nicht reagieren, ganz ehrlich, also ich wäre genauso wie Tanzverbot, ich würde dann erstmal sagen, nee, ich habe heute keinen Bock mehr drauf, das ist genauso wie, wenn ich mich mit meiner Freundin streite, wir haben manchmal wirklich, gehört zu einer Beziehung, manchmal haben wir auch Streit, da geht dann halt wirklich so weit, naja, dann fängt das an mit der Wortfetzerei, und, 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 und dann kommen halt auch mal, Sprüche, sag ich mal, zustande, wo man sich so denkt, scheiße, hätte man vielleicht in diesem Moment nicht sagen sollen, und deshalb habe ich mir jetzt, ja, seit ein paar Monaten angewöhnt, zu sagen, nee, ich kläre es heute mit dir jetzt nicht mehr, bleib bitte, ne, ruhig, ich würde von dir heute Abend nichts mehr hören, wir klären das morgen in Ruhe, weil es bringt einfach nichts, wenn beide Parteien auf 180 sind, und dann mischt sich noch Unge ein, der das unbedingt heute noch klären will, und, und, gegen Tanzverbot sind auf einmal alle, oder er denkt es in diesem Moment, ähm, und Tatawo braucht einfach kurz für sich, oder vielleicht einen Abend für sich, ist natürlich ganz schwierig dann, äh, von Unge, dass er da drauf gedrängt hat, das unbedingt an diesem Abend klären zu wollen. Das machst, ja, vielleicht ist es, vielleicht ist es in euren Kodex, oder in euren Kopf so, dass ihr euch mit allen YouTubern verstehen müsst, aber ich will nichts mit ihm zu tun haben, in diesem Ausraster, wo er mir Nase an Nase stand, mich, äh, sich mit mir schlagen wollte, ist es nichts passiert, er ist nicht handgreiflich geworden, außer, ich hab das einmal so, ich hab das einmal so gemacht, hat er meine Hand so weggeschlagen, der, der, der hat richtig, der hat richtig Anzug auf meine, auf meine, auf meinen Arm geboxt, und hat ihn so runtergeboxt, ich dachte, was soll das, ich hab da auch nichts gemacht, darauf hätte ich das schon eingehen können, das wäre ja dann schon Notwehr gewesen, aber ich hab, ich bin bestimmt kein Mensch, der sich schlagen will, also, ich will mich ja auch nicht irgendwie, irgendwie krass darstellen, ich hab mich noch nie geschlagen, noch nie in meinem Leben, und Simon wollte das klären, ich hab nein gesagt, dann hab ich Jan, dann hab ich Jan zur Höfe geholt, also nicht den Jan, hätte halt Simon in der Situation akzeptieren sollen, das ist ein guter Mensch, ich sehe ihn als Freund an, weil er auch einfach schon in einem Alter ist, wo er auf jeden Fall auch Tipps geben kann, ich hab ihn gefragt, was soll das, also ich, ich komm überhaupt nicht mehr auf diese Welt klar, auf einmal reden alle gegen mich, ich hab, ich bin gestern, ich bin extra gestern wegen Iblali, bin ich nicht zum Fitnessstudio gegangen, weil er mit mir um 15 Uhr am Sonntag gehen wollte, auf einmal schreibt er mir, dass er nicht mehr kann, jetzt ist auf einmal dieses Tätowierding dazwischen, jetzt hat er sich von mir distanziert, Cengiz ist mir unfollowed, das habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob Revenzeit mir auf Instagram auch unfollowed ist, ich bin mir nicht ganz sicher, die distanzieren sich alle von mir, obwohl ich nichts gemacht hab, ich hab gesagt, dass ich auf jemanden keinen Bock hab, und auf einmal ficken mich alle weg, was soll das, und jetzt hat Simon gesagt, er hat keinen Bock mehr auf mich, weil ich keinen Bock hab, mir die ganze Sache zu klären, dann hab ich gesagt, okay, ich würde das gerne mit drei klären, auf einmal ist er da in diesen, ist er in dem YouTuber-Haus, wo 15 Leute sind, gerade die da alle ihre Tattoo-Videos aufnehmen, darauf hab ich doch keinen Bock, ich würde die Sache... Ja, da verstehe ich zum Beispiel Tanzverbot auch, gut, man hätte natürlich jetzt, wie es Unge auch bei Monde gesagt hat, ne, Unge wohl, hätte dann die streitenden Parteien zurückgezogen, aber es wären ja trotzdem, die 15 Leute wären ja trotzdem in den YouTuber-Haus, man hätte einfach sagen müssen, in dem Moment, wenn sich beide Parteien, oder alle drei Parteien, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn die sich ein bisschen beruhigt haben, hätte man noch an den Abend, wenn das Tanzverbot auch an den Abend möchte, hätte man ja nur sagen können, pass auf, wir treffen uns jetzt am neutralen Ort, man hätte sagen können, am Strand, oder man geht spazieren, oder man trifft sich im Restaurant, vielleicht im Restaurant ein bisschen schwierig, aber man geht spazieren, und das ist immer am besten, wenn man Streit hat, am besten irgendwie, ne, ein bisschen spazieren gehen, Kalorien verbrennen, sag ich mir dann immer so, auch immer gut, man kann ein bisschen Kalorien verbrennen, das brauch ich auch langsam mal, mein Bauch wird auch langsam ganz schön voll durch Zuckergehalt, ich, ich, ähm, da hätte man ja wirklich sagen können, hier, pass auf, wir, wir drei, gehen jetzt wirklich mal raus, und wenn ein Tanzverbot gesagt hätte, ja, ich möchte aber nicht, dass die und die Person dabei ist, dann müsste, sollte man das in diesem Moment halt akzeptieren, und dann sollte man in diesem Moment auch akzeptieren, äh, als, ja, ungespielt, also unge, dass man vielleicht auch nicht sofort, äh, reagiert auf die, äh, tausend Nachrichten, wie ich gesagt habe, meine Freundin ist auch immer so, wenn wir Streit haben, 5000, die bombardiert mich sowas von zu dann, dann schreibe ich auch gar nicht mehr, dann wird die noch aggressiver, weil man sich so denkt, äh, meine Freundin denkt sich dann so, ja, von wegen, ne, geht dann im Kopf dann durch, ja, die hat keinen Bock mehr auf mich, ähm, oder ich habe doch recht, oder, 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 ähm, und einfach in dem Moment, dass, dass die Person das einfach mal akzeptiert, dass man in diesem Moment mal ganz kurz für sich selber braucht, dass man mal ganz kurz Pause bauen, dass man nicht unbedingt mit den Leuten da reden will, oder das nicht unbedingt sofort klären will, sollten solche Menschen wirklich mal akzeptieren, auch meine Freundin, ja, du sollst das vielleicht auch mal in dem Moment akzeptieren, wenn wir mal einen Streit haben, genau, und da, da, da verstehe ich halt auch, äh, Tanzverbot, ne, das war vielleicht von Unger ein bisschen, ja, falsch, dass er den natürlich dann ein bisschen zugetextet hat, und sofort geschrieben hat, dass ich, äh, dass er enttäuscht ist, ähm, sehr, sehr, sehr voreilig in diesem Moment, ähm, da fühlt man sich natürlich als, Partei, die angegriffen wird, ähm, ja, wird man noch mehr, abgestimmelt, ne, weil man sich dann so denkt, so mein allerbester, also mein bester Freund, oder mein Freund, in diesem Moment, ähm, ist dann ja auch noch gegen mich, man hat keinen jetzt mehr, jemand würde am liebsten jetzt nach Hause wollen, das ist ja nie so einfach, er kann jetzt nicht einfach sagen, jo, tschüss, ne, er ist ja gerade nicht in Deutschland, man ist ja jetzt nicht in seiner eigenen Wohnung, wo er einfach sagen kann, ja, hier, schließ jetzt alles zu, oder, ich mach jetzt Schluss und geh pennen, er sind 15, 16 YouTuber, äh, auf dieser Insel, ähm, er kommt von dieser Insel nicht einfach so schnell runter, ähm, ja, schwierige Situation, und er hat nie wirklich eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, weil, wie schon gesagt, die ganze Zeit, was von Unge kommt, und jeder will das irgendwie klären, und jeder, äh, tritt das halt in der Öffentlichkeit breit, und sowas, das war vielleicht von jedem so, kein guter Move. ...klären und dann nicht mit 20 Leuten stehen, ich, ich geh doch nicht da hin und lass mich von sieben Leuten blöd anlabern. Sieben Leute erzählen eins, ich sag die andere Sachen, na, wen glaubt denn Simon? Ja, und jetzt hat Simon gesagt, dass er, dass er, äh, keinen Bock mehr, dass er keinen Bock mehr darauf hat, mit mir zusammenzuarbeiten, und, äh, er will mir jetzt ein Flugticket holen, damit ich, äh, wieder zurück nach Deutschland gehen kann. Auf jeden Fall gesagt, viel zu vor, schnell reagiert. Warum respektiert man es denn nicht einfach, dass ich keinen Bock hab, das zu klären? Vielleicht bin ich in der Hinsicht kindlich, ja, aber ich mag Abdel nicht, und die Situation hat es nicht besser gemacht, ich möchte mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Warum muss ich da irgendwas klären? Sagt Simon dann nicht, okay, ich hab das verstanden, ich wollte nur, weil, Simon mag ich, Simon mag ich sehr, und mit ihm habe ich sehr viel Kontakt, ich, ich, ich sympathisiere mit ihm, ihn mag ich, und ihm wollte ich das erklären, aber er lässt es nicht zu, weil natürlich steht er dazwischen und hat die Situation gar nicht mitbekommen. Na, ist ja, ist ja klar, dass er, dass er eher den glaubt, wenn sechs oder sieben Leute das sagen, und ich das sage, wen glaubt man denn dann? Natürlich den sieben Leuten, die das sagen, mit denen er schon viel länger Kontakt hat, als mit mir. Und jetzt stehe ich hier alleine, in der Wohnung, und werde wahrscheinlich bald zurück nach Deutschland fahren, weil ich mich nicht entschuldigt habe, oder irgendwas. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich verstehe, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wie die ganze Situation entstehen konnte. Ich wollte doch einfach nur schillen, und habe gesagt, ey, sorry, Alter, ich habe keinen Bock auf dich. Ich mag dich nicht, und fertig. Wieso kann man denn das, wieso kann man denn nicht zu seinem Mann stehen, und das einfach akzeptieren? Nein, daraus ist so eine Scheiße. In dem Moment hätte man einfach sagen, okay, der mag mich nie, ich gehe in die Ecke, Blackie zu den anderen YouTubern. Fragt alle, fragt alle, in meinem privaten Kreis, als ob ich ein Rassist bin, Alter, als ob ich so eine Scheiße mache. Ich bin einfach, mir wurde unrecht getan, es ist einfach so, das hat sich alles so aufgebrauscht, und ich dachte wenigstens, dass es nach dieser Partimal-Situation hat sich das erledigt. Was macht Abdel? Heult bei Simon rum, wodurch dann so eine Scheiße entsteht, dass auf einmal, dass auf einmal, die sind ja nicht wirklich gegen mich, aber die haben halt alle eine Meinung, die nicht den Tatsachen entspricht. Ich weiß doch, was ich sage, und ich weiß, dass ich doch normal menschlichen Verstand habe, ich bin doch nicht dämlich, und äußere hier irgendwelche rassistischen Äußerungen, zumal das auch überhaupt nicht in meiner Natur liegt. Ich habe ja gar nicht dieses Gedankengut, dass ich irgendwas gegen Ausländer habe. Warum sollte ich das sagen? Warum? Ich verstehe es nicht. Und jetzt sitze ich hier und werde wahrscheinlich bald nach Deutschland zurückfahren. Ich bin nicht undankbar. Simon hat mir auch Undankbarkeit vorgeworfen. Bin ich nicht. Simon, du hast mir alles gegeben hier. Du hast mir alles gegeben, und du bist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich YouTube jetzt noch so weitermachen kann. Davor war ich da, und du hast mich gepusht, jetzt läuft's, aber ich lasse auch nicht auf mir rumtrampeln. Ich bin doch auch ein normaler Mensch, und bitte akzeptiere doch, wenn ich mit einem Menschen nicht reden will. Und drohe mir nicht damit, mir das Flugticket nach Hause zu buchen. Das ist doch scheiße. Wieso willst du nicht mit mir zusammenarbeiten? Wie gesagt, das war halt in der Situation von Unge halt ein bisschen vorschnell reagiert. Vielleicht war, wenn man das von sieben Leuten hört oder so, dann ist man natürlich erst mal enttäuscht. Aber ich hätte in diesem Moment, wäre ich Unge gewesen, einfach gesagt, gut, wir lassen uns für heute erst mal gut sein. Jeder macht erst mal heute sein Ding. Jeder beruhigt sich heute. Jeder nüchtern, also die Leute, die besoffen sind oder angezogen sind, nüchtern erst mal aus. Und wir klären das morgen, wenn, wo ich Tanzfurt auch wieder ein bisschen recht geben muss, wie schon gesagt, da gibt es ja an sich keinen Klärungsbedarf, wenn man eine Person, was will man da klären? Man mag eine Person nicht und das war's. Man hat nichts Rassistisches gesagt. Wenn natürlich da in dem Moment niemand, äh, 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 nie geglaubt wird, ist natürlich schwierig, aber es ist natürlich auch schwierig, da etwas klären zu wollen. Wenn man eine Person nicht mag, äh, mag man die Person nicht. Das muss man akzeptieren und, ähm, wie schon gesagt, Simon hätte vielleicht in dem Moment auch, ähm, ein bisschen anders reagieren sollen. Das mit dem Flugtag, das war natürlich, dann ist für ihn natürlich in dem Moment, glaube ich, auch eine übelst krasse Belastung. Also, ich, ich glaube, wäre ich in der Situation von Tanzverbot, ähm, mich hätte das natürlich dann auch noch mitgenommen. Äh, ich hätte dann, glaube ich, am Ende auch noch ein Statement irgendwie noch rausgehauen. Ähm, man fühlt sich dann von jedem bedrängt. Die Wut staut sich immer mehr auf und, ähm, ja, man fühlt sich dann ja auch ein bisschen verletzt und sowas. Ich verstehe, Tanzverbot da in der Hinsicht voll und ganz, wie ich schon gesagt, das liegt gleich auch ein bisschen dran, weil der Charakter sich dann schon ein bisschen ähnelt zu mir, ne? Selbst zur Ernährung, aber jetzt, jetzt ja auch nicht mehr. Jetzt ernährt er sich anders. Wie schon gesagt, ich bin ja auch so, dass, ähm, ja, was soll man da klären, wenn, wenn, wenn man einen Menschen nicht mag? Man sagt das offen und ehrlich, hier, pass auf, ich mag dich nicht und gut ist. Das Einzige, was man da in der Hinsicht, äh, in der Diskussion klären sollte, ist, äh, was Tanzverbot wirklich gesagt hat. Mehr gibt's ja eigentlich gar nicht zu klären. Das war's ja. Ich verstehe das überhaupt nicht. Nur weil ich keinen Bock auf einen Menschen habe und er glaubt, dass ich irgendwelche rassistischen Äußerung... Als ob! Sehe ich so aus? Ey, ich bin... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will niemandem Unrecht tun. Ich will ganz... Besonders Simon möchte ich kein Unrecht tun. Weil ich diesen Menschen mag. Aber was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht denke ich auch... Nein! Nein! Ich bin oft kindlich, natürlich, und vielleicht auch öfter zurückentwickelt, was so dieses Sozialverhalten angeht. Vielleicht war das auch nicht ganz richtig, Ihnen das ins Gesicht zu sagen, dass ich ihn nicht leiden kann. Aber so bin ich. Wenn ich ihm im Internet sage, dass ich keinen Bock auf ihn habe, dann sage ich ihm auch im Real Life, dass ich keinen Bock auf ihn habe und lächle ihn nicht an und gebe ihm die Hand und rede mit ihm, als ob nichts wäre. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Tut mir leid, Leute, dass vielleicht das Ganze hier abbricht. Vielleicht trinken wir das irgendwie nochmal gerade gebogen. Ich bin mir nicht sicher. Simon war sehr, 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 sehr sauer auf mich. Teilweise berechtigt, aber teilweise auch meiner Meinung nach nicht berechtigt. Vielleicht sollte er auch selbst mal einsehen, dass er da vielleicht überreagiert hat. Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal gucken. Dankeschön, dass ihr euch das Video bis zu diesem Punkt angeguckt habt und mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, und ich hoffe, ja, dass sich jetzt alles wieder geklärt hat. Wie schon gesagt, ich habe das, ja, die Diskussionsrunde mit Monte und Stay habe ich mir angeguckt. Fand ich sehr, sehr cool. Fand ich wirklich sehr cool. Alle ruhig geblieben. Jeder konnte argumentieren, jeder konnte diskutieren. Ich wünsche natürlich Tanzverbot auf der Insel weiterhin viel Erfolg, dass er alles durchzieht, was er sich vorgenommen hat, dass die Wurken wieder komplett geklettet sind. Unge hat ja auch mit Tanzverbot schon gesprochen und ich wünsche allen da auf der Insel viel Glück. Wirklich jeden, jeden YouTuber auch. Ja, Tanzverbot insbesondere, weil das schon cool ist, so ein bisschen seinen Werdegang jetzt mal anzugucken. Das ist schon sehr interessant zu sehen. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr lasst doch einen Kommentar da, wieso, warum nicht. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.